Einteilung der Betriebsarten nach der Betriebsgröße Eine Einteilung der Betriebsarten kann auf Basis von verschiedenen Kriterien erfolgen. Die Einteilung kann erfolgen auf Basis der Betriebsgröße, auf Basis der Leistungsverstellung, sowie auf Basis der Branche. In diesem Video sehen wir uns zuerst einmal die Betriebsarten nach der Betriebsgröße an. Hier können wir eine Unterteilung vornehmen in Kleinstbetriebe, Kleinbetriebe, Mittelbetriebe und Großbetriebe. Die Unterteilung erfolgt hier in erster Linie auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter, also der beschäftigten Mitarbeiter. Darüber hinaus kann auch noch die Umsatzhöhe, sowie die Bilanzsumme Einfluss auf diese Einteilung nehmen. Starten wir zuerst mit dem Kleinstbetrieb. Als Kleinstbetrieb wird jeder Betrieb bezeichnet, welcher weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt. Von einem Kleinbetrieb wird gesprochen, wenn 10 bis einschließlich 49 Mitarbeiter beschäftigt werden. Liegt die Beschäftigtenanzahl zwischen 50 und 249, so wird von einem Mittelbetrieb besprochen und alles ab 250 Beschäftigte bzw. Mitarbeiter ist den Großbetrieben zuzuordnen. Also können wir Happen beruhigen. Die Beschäftigtenanzahl zwischen 50 Jahren. Und das war's von 9 I�ta. Und das war's von 9 I�ta. Das war's von 9 I�ta. Inge Reportierungen in die Beschäftigten. Untertitelung des ZDF, 2020